Hallo zusammen, ich bin Sandro Steiner, 24 Jahre alt, komme aus der Schweiz. Ich spiele seit der Saison 15-16 bei meinem Stammverein EHC 7. Mein Spitzname ist Stoney, ich denke, es ist naheliegend. Der Name Steiner hat sich meine Mannschaft sehr viel überlegt, darum Stoney. Wenn ich hier eines herausheben müsste, war es sicher das Köp-Spiel 2017 gegen HC Lugano. Vor vollem Publikum im Single bei guter Stimmung. Wir sind 1-0 in Führung gegangen, das war ein sehr emotionaler Moment. Eine grosse Familie, verbunden mit sehr vielen Freunden und sehr guten Funktionären, die viele Leute für eine schöne Region machen. Mein Spielstil ist sicher physisch und körperbetont. Ich habe in den offensiven Zug viel Zug aufs Goal und mache auch in der Defensive meinen Job. Mein Ritual ist eigentlich, dass mir vor jedem Spiel Fabio Langenegger ein Stück schwarze Schokolade gibt, und ich dann esse vor dem Mojo. Das wäre der Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs. Er hat einen unglaublichen Schuss und auch einen schönen Schnauze. Mein Lieblingsfilm ist Gran Torino und mein Lieblingsschauspieler ist Anthony Hopkins. Hockeyprofi oder Sportreporter. Ich denke an meine Haare und meine Schnauze. Das ist Kaffee. Dann gehe ich auf San Minato, ein kleines Dörf in Italien, wo meine Verwandtschaft lebt. Das Buch, das ich zuletzt gelesen habe, ist Laurzersee von Silvia Goetschi. Im Restaurant, wenn das Essen lange nicht kommt. Livio Langenecker und Damian Schmidig. Den Rino würde ich noch gerne grüssen. Dann meine ganze Familie und den ganzen EHC 7.